Wir müssen jetzt mal, glaube ich, auf Franklin gehen, habe ich gesehen. Ist er schon wieder einen Kaffee trinken? Er fragt sich einfach, wann er seine Kohle kriegt. Berechtigte Frage, mein guter Herr. Berechtigte Frage. Gut, das wäre wieder Darwin. Ich habe doch auch was mit Lamar gesehen, oder? Okay. Schauen wir mal. Wir brauchen, again, Orte, ein Fahrzeug mit einem Heimversteck. Findest du auch, die zweite Kindheit hat sammelt, dieses Fahrzeug, Barry. Genau, Gabi ist halt mit einem Knall gegangen. Wie gesagt, er hat sich mega entwickelt, am Anfang ein bisschen mittig. Das erste kleine Ding. Ja. Da ist doch die... Hä, wieso wurde mir das denn hier nicht... Da. Ich glaube, wir sollten Lamar mal Hallo sagen. Ja. Ich weiß noch, wie du am Anfang meintest, boah, an Jesu, das ist so gar nicht ziemlich mit dem App hier. Und dann bist du aber trotzdem hängen geblieben. Wo Malfi jetzt seine Hände hatte, als Gabi ihn voll geblütet hat. Ach, das. Oder die Sache oben auf dem Mount Chilliard. War auch sehr lustig. Sind sie ein Spinner? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Und Malfi konnte einfach keine Mund-zu-Mund beatmen. Aber das ging nicht. Es musste schön Mosa machen. Wobei, bei der Priorie-Geschichte warst du auch dabei zu holen. Das war ja Krimi pur. Uh, jetzt sind sie auf der Schlagstelle. Steht hier irgendwo ein Auto? Nein. Okay, jetzt sind wir wirklich den ganzen Weg, weil sie hochgelaufen sind. Fusing things that haven't been fused in ways they should be healed. Hey buddy! Hey there! I really like your car, you know? Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Fassade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the Cyber Terrace on a fucking silver platter. Okay dawg, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. Stake her out and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. Alright homie, I'll be in touch. Okay, beobachte die Prostituierte. Was ist denn die weg? Okay, wir schnappen uns jetzt doch da drüben mal ein Auto. Das gibt's ja gar nicht. Was nehmen wir denn? Hm, nee. An Benefactor Surrano. Auch ein sehr schönes Auto. Na, wer kennt es noch? Ein wundervolles Auto. Ich liebe es. Oh Junge. Zieh doch nicht einfach rüber ohne Schiff drin. Was ist denn mit dir? Toll, jetzt hätte mir den Sufano gebraucht. Arsch. Guck dir das an. Stevie, Verlöchen. Auch ewig nicht gesehen. Wie geht's dir? Ich bin gleich wieder im Chat. Oh, Mensch. Das muss be my girl. Oh Mensch, dann weiterhin gute Besserung. Ich hoffe, dass es bald besser wird. Prostituierte steckt in dem Wagen. Der Zielperson wartet, bis sie das tut. Und erledige dann den Fahrer. Ja, fahrt ran vorbei. Ich guck noch. Ja. Viel passiert, viel passiert, viel passiert. Wir sind umgezogen. Ähm. Und. Unfassbar viel passiert. Also unter anderem sind wir umgezogen. Ja. Fahre. Oh. Usual. Sponsor. Oh. Ah. Scheiße. Da kann ich wieder nicht ziehen. Und da ist der Trump. Oh. Geht doch. Hast du die richtige Person getötetet? Hatte doch ein Kreis. Wow. Okay. Ein neues Auto und alles, was gut fährt. Das ist kaputt, sonst kann ich nicht mehr nehmen. Ich glaube, ich nehme dich. Kein Ozil wird eh gehen. Ich weiß, es kommt ja gerade von frei. Weil ich mit einem anderen Auto unterwegs bin, sollten die mich eigentlich nicht... Hat funktioniert. Ich bin so gut. Hey man, I'll wipe that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Aber die war dann halt weg, ne? Also die ist dann einfach weg gewesen, die gute Richterin. Und kam auch nie wieder wegen der Mordräume, die sie erhalten hat. Mhm.